Es ist Tag. Oh, früher Morgen. Ist hier oben noch nichts. Egal nichts. Du machst es komisch. Du hast den Kopfhörer drinnen und du musst dann das Minecraft starten. Du musst Minecraft komplett zu machen. Nicht bloß verlassen. Ja, bist du. Komplett zu? Weißbiefmähne? Ja. Dass du den Launcher wieder starten musst, woher sie. Ja, bist du. Du musst doch gerade zerbinden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin angeweilt. Du musst ja einen Kopfhörer anstecken, so ungefähr. Dann machst du mit der Maus gewollt. Bei der Launcher kann man sofort bing bing. Um zu gucken, ob du Ton hast. Hm. Was ist denn da? Der Kuhn ist hier. Das bringt alles mit. Das ist eigentlich nur wie ein Berg. Sammelser wachselig. Was macht das was? Da kommt das Berg. In die Hände. Das macht Sinn. Oh... Von weit sieht der mal aus aus, wie abgehackt. Was... Dann schau sie den Gucken, die. ich sehe das blaue Haus von hier war und hoffenweise Bäume zwischen den Wind na 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 ich wohne noch nie so wirklich weg von zu Hause und das nur wegen Kohle abzubauen und steigen und so und das nur um Kohle abzubauen und steigen und so ich hab hier unten rum um um er hat mir ruhig um und in der Karte ausreichend sich geben mit Sonne Auer Sonne Auer Auer es hat die Reis wir haben ja nur eine gute Materialien und wir sind ja mein Trüstem ja mein Schwer wir haben noch nie können haben wir eigentlich ist haben wir eigentlich das Kurschen haben wir eigentlich das Kurschen Nein, diese Kurschen, das ist amethyst, gibt es hier nicht Schade, oder? Schade, oder? Ich habe die Kurschen gesehen Schade Schade B Blümterie Schade Ich habe hier einen Berg bekommen, da stand die auf irgendwo ins Wochenberg Eine Hütte Eine Höhle Hier ist eine Höhle Globo da war ich so gut neuernd ab und reise und die Städte so und ob er mich die Gemeinschaft nicht überdrehen und das ist nur ein bisschen als auch ganz Armee Kumpel die das nicht wird sich nicht gesehen aber es gibt einen mächtig weiter in dem Berg die ist nie m ich kann sagen ich komme wieder nach Hause im Schnee hier Ich hab ja keine Schneepälle. Hab ich auch schon. Das war schon mein Gedanke. Das ist auch ein Fuchs. Eine Kuh auf dem Berg. Und ein Fuchs auf dem Berg. Das ist mein Problem Fuchs. Kommt sie mich nicht mal wegloben. Hehehehe Bist du gefangen? Haha. Tschüss. Idiot. Na Fuchsie? Ich sag, da bleibt er oben stehen. Fuchsie kann man hier füttern. Ja, füttern aber den kann sie nicht teilen. Ne, scheinwerf. Dann hätt ich schon längst getaun. Hallo Kuh. Hätt ich ein paar. Das müsste ganz schönes Plateau sein hier oben. Ich geh mal da runter runter holen. Und noch mal an das andere Ende. Mal gucken, wie es geht. Ach, schuldigung. パ die 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 Hände die Blut Siegelbäum Haufen Bäume Die sind keine Bäume, ich tue einfach flocher Böden Da kommen Pilze Riesenpilze Hier vorne stehen alle Bäume rum und drehen Weil bist du weg, Alter Ich bin ein Stück weit weg, also hinten bei den Bergen Wo der Weg wo sie hingeht, zugefahren, bei den Blumen rum Ahlalala Das ist unsere Kumpel und wochen Fußboden Da gibt's die Welt Da gibt's die Welt, äh Da gibt's die Welt, äh Da gibt's die Welt, äh Ach du Scheiße Du Heimat, nein Warum hab ich schlafen? Uiuiuiui Und next minute sind das blaue Blumen, sind das blaue Blumen Mit blaue Blumen Mit blaue Blumen Mit blaue Blumen Keine Keine blaue Blumen Es ist bei mir nur rote Blumen Ganz viele Wollen wir eigentlich ein Rotes noch machen? Ne Da geht's Was ist das? Das war gar nicht Ne Die Leicht Er Sollte um ich hier mit Alkohol aber von Lava gefunden sie ist weiß dass man kann man kann von dem Hund Heizband färben kann man zwei Sekunden und so das ist ein bisschen die in den letzten Mal wollen doch noch gibt es nicht nur ich muss kleine Bäume aufbauen das kann ich eigentlich mit den Pilzgelumpen bauen in den Baustür ich glaube blau Dinger aus das ist hellgrau Stoff ist das ich hab bis jetzt noch kein blauen Blumen gesehen nur die roten Bärn Nürnberg ist gut die Soboskeletchus genau ich kann es tun gelbe ein blum ein hier sind nur kurz nach Hause das scharf die 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 auch schön dass er hat eigentlich Bäume hier hingesetzt er hat eigentlich Bäume hier hingesetzt die großen hier die Bäume hier die Bäume hier Prozent das ist nicht nur für uns naja Schafe ich bring bitte Holz her ein Goldbund erstecken das ist die Städte in den Baum da fehlt mir noch in der Wind ich brauche etwas, damit ich sie wegschmeißen kann ich brauche etwas, damit ich sie wegschmeißen kann die kann ich wegschmeißen ich bin in der Nähe 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 Nachdenken und die Onderungen Fett Prozent so muss man zwei wir stehen in die Bühne Kürzungen Helo Buhl-Dich die Schicksalisten Schüttemberg die großen Schüttel Ich weiß nicht, wie viele Bäume sind, wie viele Sonnen? Ich schluss bei euch nicht mehr mal. Knochenmehl. wie sie gut wollen die die Berliner überhaupt nicht hoch sind nö Du kriegst sehr viel Holz daraus. Ich habe Sticks gekriegt. Von wem? Ich bin voll. Das rein, das rein, das rein. Das rein, das rein. Wo wäre es ebenso? Die Weltritte. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht gesehen. ist er froh? bin ich auch, wie soll ich? das wird schon arm ja, ich muss mal ganz auf die schnelle Pude hinbauen es ist froh? oh Gott Ich nehm mich nicht mehr. Ich möchte noch einen kleinen Buhren, den ich hier probier es uns ausgesucht. Es ist eine die andere Seite des Lug developers. Ich mag das nicht mehr. You will die Züge nutzen. Ich werde mich nicht mehr mit dem, Wieso lefft der Game? Wieso lefft der Game? Wieso lefft der Game? Ich suche es jetzt nochmal um die Kopfhörer. Was? So, ein Stück ist auf. Starten. Wieso lefft der Game? Das sieht anders aus. Kopfhörer. An. So. Und die Tür. Das ist das Klavier. Lass uns immer wieder ins acetet. Also geht's. Dann haben wir schon wieder die Tür, den ich so lange hinuge. AufOME, dass ich so lange herrleuchte. So, die Tür schwiegelt. Ich habe einen Glänzen mit für einen Punkt gelungen. Ich habe einen Punkt gelungen. Das ist das richtig gelungen. Jetzt hör ich mal. Ja, also, ich muss das. Oh, das ist ja laut. Was ist das? die mit und noch voll drücken und kreis und und die die und 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 Ich denke, dass ich mich nicht mehr aufkuchen habe. Ich denke, dass ich mich nicht mehr aufkuchen habe. um und um Wir schauen mal auf die ganz großen Formen. Oh, mein Hund ist ja auch hier oben. Ja, wohin oben! Mein Hund ist ja auch hier oben. Nee, ist egal. Jetzt weh an den Arm, die wir sehen. Nein, wir sehen uns auch hier oben. Wir sehen uns auch hier oben. Wir sehen uns auch hier oben. Das war's mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schauen wir uns mal bei dir mal. Wir sehen uns auf der anderen Seite! Das ist sehr gut. Das ist da. Meine Ere Charlene und Schale, Ich habe zuhause zwar noch Türen, aber ich mache jetzt noch eine kleine hier. So eine schöne Altstür. Hier unten regnet es. Au. Ich bin da noch da vorne. Nein, nein. Ich kann's kaum haben. Was ist der Mann da? Die Hordine. Sieh auch noch ein bisschen ein. Du hast ihn auf. Du hast ihn auf. Das ist echt schön gelungen. Da sind sie Creeper Und Creeper, das ist nicht gut Creeper machen auch eine Auge Creeper macht bei dir Aua Aua Hinein in die Hütte Ne, die wegsmeisen Ne, die wegsmeisen Das ist der in den Spielen Mh, kann auch schlafen sein Fähren sie sich Kannst dich mal aufhören und regnen? Nö Nö so weit wie es nicht stimmten so ist es los Ist jetzt los, nur Lust. Es regnet, es regnet. Die Minecraft, die Hand, die Bock nass. Nein, nicht die Fackeln, das ist ja wiederum. So. Gibt es Scheiben hier drin? Kann ich schlafen gehen? Nein, will ich nicht. Das kann doch selber. Das ist ja noch schön gemacht. Oh ja, ja. 11 cm. No, aber nein. Boa. Zuckieser. Ein Eisenglock. Steback. Wiesen Владiveau. Entstand der Kaffee. die Stimmen entstand dazu noch eine Bäume umstehen nicht grad wenige und und mit den Krieg mit dem Ort und auch im auch im die Weizweißzeugen ich kann TNT bauen oder könnte TNT bauen nicht so was ich müsste nicht wo wir die Luft bringen werden schmiedetisch in der sie brauchen den schmiedetisch und in den Goldbahn jetzt tun die Jochen Graf aus der Zeit in den Proben ganz in den Punkt aber als Rode Bede wird noch Schüssel macht dann Burscht Sch Lampen Buchenfeder 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 Sand Buchenfeder 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 S stories keine bloß den Pfeil und bloß den Stau brauchst du den Spektralpfeil zu machen keine Ahnung Bücherrigo, das kenn ich nicht Aber was weiß ich mit dem Spektralpfeil Nix gibt es nicht ein Kieks abdach als Kakao benutzen können Weizen Kakao und Weizen gemacht der Keks aus den Kessel in die Mälde das das ist die Ruhe jetzt du in den viermal Bildungsgruppen aus dem Urteil das ist das Spiel in Diamanteln Hölzgängsrund und in der Berge und vorhanden die Klinik die Stiege in die Stiege in Axel Kruppe ich bin richtig reißen ich muss überlegen wenn der höchste Tag der Realität eine Diamant-Achse ist und eine Diamant-Tustung und sowas da wärst du ja mit mir in die Euro